So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es ist ein Wunschvideo, nämlich ein LTB-Video. Und so zu sagen, ein LTB-lustiges Taschenbuch Spezial Nummer 95. Das brandneue und aktuelle. Ein Tag an mehr. Für 9,95 Euro. Also rund 10 Euro kann man sagen. So, und ihr wisst ja, ich werde auf diese LTB-Videos, die ich produziere, Comics, Bücher, Zeitschriften, nicht richtig eingehen. Weil jeder hat einen anderen Geschmack. Das wisst ihr. Zum Beispiel dieses ein Tag an mehr gefällt mir vielleicht nicht so gut. Euch und dir vielleicht viel, viel besser. Deswegen kann ich immer nur in diesen Videos sagen, es ist da. Das lustige Taschenbuch ist da mit der und der Nummer für den und den Preis. Das war's. Alles andere müsst ihr unter euch ausmachen. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Lohnt sich das Geld dafür auszugehen? Ist die Geschichte 70% das Comic gut und lustig? All das müsst ihr untereinander euch in die Kommentare lesen und schreiben. Das ist immer wichtig. Weil ich kann, wie gesagt, immer nur ein Fazit machen. Es ist da. Das war's. Obwohl mir, muss ich echt sagen, so die eine und andere Geschichte, ich hab's ja noch nicht durch. Ich bin gewiss, ich guck immer so und dann gefällt mir was, was richtig witzig ist. Dann nehme ich mir die Geschichte zur Brust und kann sagen, naja, die Bilder sind vielversprechend. Und das eigentliche Kommi nicht. So, dann gab es eine andere Geschichte hier drin. Habe ich dann auch so, wo richtig was mit Untergang, Meer und sowas ist. Die fand ich zum Beispiel wieder richtig spannend. Ja, aber wenn man dann zum Ende der Geschichte hinkommt. Okay, sie war spannend. Sie hat Potenzial, aber nicht für mich so. Das ist, wie gesagt, alles meine persönliche Meinung. Ihr könnt eine ganz andere haben. Deswegen, schreibt bitte für euch und für die anderen Zuschauer, wie ihr es findet. Der es natürlich schon hat. Der alles durch hat. Oder ihr könnt auch schreiben, 50% hat es euch gefallen. Oder 20%, ihr wisst es. Ich wiederhole, bei allen LTB-Videos immer das Gleiche. Ihr müsst davor sorgen, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Ich werde dazu nie was schreiben. Ihr wisst jetzt, ich kann nur schreiben oder ein Video davon machen. Es ist da auf dem Markt, die Nummer, so heißt es, der Preis. Und ich versuche natürlich unter dem Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Das auf jeden Fall. Sicher und bequem, teilweise auch in Euro günstiger. Aber müsst ihr selber mal schauen. Es kostet 10 Euro. Oder ihr wartet immer ab, bis es gebraucht ist. Was heißt, was heißt gebraucht? So was wird meistens 1, 2 mal durchgelesen. Ein bisschen durchgereicht. Aber dann ist es wirklich noch im guten Zustand. Und man kriegt es dann etwas günstiger. Aber viele wollen ja eben neuen Zustand haben. Und das versuche ich unter dem Video zu verlinken. Sicher, bequem und günstig. So, und jetzt wisst ihr, es ist auf dem Markt. Das LTB, lustige Taschenbuch Spezial Nummer 95. Es heißt, ein Tag an mehr für rund 10 Euro. Genauer gesagt, 9,95 Euro. Wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Verlinke ich unter dem Video. Und ihr schreibt jetzt alles in die Kommentare. Der es hat. Wie findest du es? Was heilt es? Was hältst du davon? Kannst du es weiter empfehlen? All das schreibt es jetzt bitte für mich und alle anderen Zuschauer. Und ich sage, wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Guckt hin und schaut zu.